Neben dem T-26 ist ein weiterer leichter Panzer in den Dienst der Roten Armee Anfang 1930er Jahre gestellt worden. Es war der BT-2. Die Möglichkeit sich auf Ketten oder auf Rädern fortzubewegen war die Besonderheit des BT-2. Mit welchem Ziel wurden die Ketten demontiert? Damals war die Ressource der Ketten auf 1000 km begrenzt. Danach mussten sie getauscht werden. Für die Gefechtsführung war es ausreichend, doch wenn man die Panzer an einen anderen Frontabschnitt verlegen musste, hatte man ein Problem. Die Distanzen in Russland sind etwas groß. Alleine die Strecke Moskau-Leningrad betrug über 700 km. Das Eisenbahnnetz war nicht so gut ausgebaut. Im asiatischen Gebiet von Russland sind die Abstände noch größer und das Eisenbahnnetz noch sehr viel schlechter. Also wenn man einen großen Panzerkräfteverband über weite Distanzen verlegt, wird ein Kettentausch nötig, der viel Zeit und Geld kostet. Eine mögliche Lösung für dieses Problem war, die Ketten zu demontieren und die Panzer mit dem Radantrieb über die Straßen fahren zu lassen. Dieses Konzept wurde vom amerikanischen Konstrukteur Walter Christie entwickelt. Die Auslandskommission der UdSSR kaufte zwei M1931 genannte Maschinen von ihm. Der Kauf musste über Amtorg abgewickelt werden, eine Organisation der UdSSR in den USA, da es damals keine diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern gab. Der Kaufvertrag wurde für eine Summe von 160.000 US-Dollar nach heutigem Wert ca. 2,5 Millionen US-Dollar abgeschlossen und beinhaltete zwei Maschinen, Ersatzteile, alle Patente und Lizenzen für die Herstellung der Panzer in der UdSSR, die Möglichkeit der Besichtigung und Mitarbeit sowjetischer Ingenieure in der Fabrik von Christie, zusätzlich äußerst Walter Christie den Wunsch selbst nach UdSSR zu kommen und bei der Organisation der Fertigungslinie mitzuhelfen. Zuvor sind die Verhandlungen mit der Firma Cunningham über den Kauf des T1-Panzers gescheitert, da diese auf einer Mindestabnahmemenge von 50 Panzern bei einer 50%igen Vorauszahlung bestand und jeglichen Zugang zu eigenen Fertigungslinien verweigerten. Dem Deal mit Cunningham hatte sogar der US-Präsident zugestimmt, also versuchte der US-Senat den Vertrag von Amtorg mit Walter Christie zu unterbinden. Doch Christie deklarierte seine Panzer als Traktoren und verschiffte die Maschinen fast in einer Nacht- und Nebelaktion, aber ohne die Türme und Bewaffnung. Dafür wurden 25.000 US-Dollar vom Kaufwert durch die sowjetische Kauffirma einbehalten. Walter Christie hat daraufhin die Zusammenarbeit nicht mehr fortgesetzt und kam nicht nach Moskau. Wie sich bei der Erprobung in Russland herausstellte, war der Christie-Panzer technisch unausgereift. Die Halterung für die Leitradachse brach ständig ab. Motor und Getriebe überhitzten. Die Gänge hüpften bei hoher Motorlast raus. Kettenverbindungsbolzen brachen. Der Panzer sollte ohne die Ketten bis zu 70 kmh schnell sein, doch bei dieser Geschwindigkeit war die Maschine fast nicht kontrollierbar. Die vorgesehene Ein- und Ausstiegsluke war zu schmal. Die Beweglichkeit war jedoch herausragend. Auch mit dem Kettenantrieb erreichte die Maschine damals sagenhafte 50 kmh. Es wurden Fertigungsunterlagen erstellt. Ein Turm mit Bewaffnung wurde entwickelt und der Panzer ging in Serie als BT-2 in der Lokomotivfabrik in Kharkov. Die gerade anlaufende Fertigung des selbstentwickelten Panzers T-24 wurde gestoppt. Dieser war eine Weiterentwicklung des MS-1. Die Bezeichnung BT-1 wurde den gekauften Christie-Panzern zugeteilt. Das direkte Kopieren des Christie-Panzers gelang nicht, da dieser zu komplex war. Die Konstruktion musste überarbeitet werden. Als Waffe sollte eine 37 mm PS-2-Kanone zum Einsatz kommen, die von Sergei Ntov entwickelt wurde. Doch sie war zu teuer und zu komplex in der Fertigung. Also wurden über eine Drittfirma bei Rheinmetall in Deutschland sechs 37 mm Panzerabwehrkanonen gekauft. Das war die 3,7 cm Pack 35-36. Doch bekamen von 620 gebauten BT-2-Panzern nur 208 Stück, die 5K genannte Lizenzkopie der deutschen Rheinmetallkanone und der Rest der Maschinen nur 1 MG als Bewaffnung. Die Motoren, die erst eingesetzt werden sollten, waren die M5, eine Lizenzversion des Liberty Motors mit 400 PS, 12 Zylindern und 27 Liter Hubraum. Sie wurden in Russland schon für den Einsatz in Flugzeugen gebaut. Doch die Produktion dieser wurde bereits eingestellt, zugunsten des stärkeren M17 Motors, der eine Lizenzversion des BMW 6 Motors war. Also wurden aus den USA gebrauchte Liberty Motoren eingekauft, generalüberholt und in die BT-2 eingebaut. Das Christie Fahrwerk beeinflusste im hohen Maße sowjetischen Panzerbau für Jahrzehnte. Die Vorteile waren einfacher Aufbau, Wartung, Herstellung, Robustheit, große Federwege und hohe Beweglichkeit. Als Nachteile kann man die Beanspruchung vom Innenvolumen und das Aufschaukeln der Maschinen nennen, wobei das Aufschaukeln bei späteren Maschinen durch spezielle Stabilisatoren eingedämmt wurde. Auf der Basis des BT-2 wurden mehrere experimentelle Maschinen entwickelt. Der D-38 war ein Unterstützungspanzer mit einer 76mm Haubitze und einem neu konstruierten Turm. Es gab einen Brückenlegepanzer und eine Maschine für die Überwindung von Panzerspieren. Ein Modell mit einem Flammenwerfer als Bewaffnung. Eine experimentelle Maschine BT-2IS genannt, die beim Fahren ohne Ketten den Antrieb auf drei Achsen gegeben hat. Und dazu waren drei Achsen als lenkbar ausgelegt. Dadurch sank sein Wenderadius auf 6 Meter. Die Panzerung konnte auf 26mm gesteigert werden, ohne einen Einbruch der Mobilität, da der Panzer ein verbessertes Getriebe bekam. Auch spezielle abrollbare Ketten-Auflage-Läufer wurden entwickelt, um im Sumpfgebiet bessere Geländegängigkeit zu bekommen. Doch damit war der Panzer nicht lenkbar. Ein Projekt beinhaltete eine 203mm rückstoßfreie Kanone, die durch den Turm ging. Es wurde ein Modell gebaut und erprobt. Durch den starken Rückschlag wurden einige Elemente der Maschine beim Schießen beschädigt. Dazu kamen noch die Nachteile der rückstoßfreien Geschütze, also wurde das Projekt auch nicht fortgesetzt. Der erste Einsatz der SBT-II erfolgte 1939 am Halchengol-Fluss im Sommer 1939. Entsprechend dem Einsatzbericht, als die Japaner den Fluss Halchengol überquerten, nahmen sie den Gipfel Bein-Zagan ein. Sie bewegten sich entlang des Flusses und versuchten die sowjetischen Truppen von dem Nachschub abzuschneiden. Die 11. Panzerbrigade, die gerade einen 800 Kilometer Marsch hinter sich hatte, wurde direkt in den Angriff auf die Japaner geschickt. Am Angriff nahmen teil insgesamt 132 BT-II und BT-5 Panzer. Jedoch ohne Artillerie- und Infanterieunterstützung. Die Verluste waren zwar mit 36 abgeschossenen und 46 ausgebrannten BT-II-Panzern hoch, jedoch wurden die Japaner so zurückgeworfen und eine Einkäßlung verhindert. Es gab eine hohe psychologische Wirkung auf den Gegner. Ein japanischer Soldat, Nakamura, schrieb in seinem Tagebuch über diesen Angriff. Mehrere Dutzend Panzer fielen plötzlich über unsere Positionen her. Es gab ein Riesendurcheinander. Die Pferde sind ausgerissen und rannten weg, zogen die Kanonen hinter sich. Auch Autos fuhren in verschiedenste Richtungen. Die Kampfmoral der gesamten Truppe ist gefallen. Auch in Polen wurde eine geringe Menge eingesetzt, wobei nur eine Maschine unwiederbringlich verloren wurde. 34 BT-II-Panzer waren in dem Bestand des 44. Panzerregiments der 3. Kavalerie-Division. Dank der hohen Geschwindigkeit konnten sie zusammen mit der Kavalerie schnelle Flankiermanöver durchführen. In dem gesamten Regiment wurde nur ein Soldat verwundet. Das Regiment hat über 600 Offiziere, fast 3.000 Soldaten gefangen genommen und zwei Panzer, vier Kanonen, 960 Schusswaffen und 168 Pferde erbeutet. 82 dieser Panzer wurden auch im Winterkrieg gegen Finnland eingesetzt. Dort hatte sich herausgestellt, dass die BT-II äußerst verwundbar gegen die feindlichen Panzerabwehrkanonen sind. Im Tiefschnee hatten die BT-II wie auch die T-26 Probleme mit der Fortbewegung. Zum Durchbrechen der feindlichen Verteidigungsstellungen waren sie ungeeignet. Auch die Panzersperren wurden für sie unverwundbar. Zwei BT-II-Panzer wurden durch die Finnen abgeschossen und zwei sind ertrunken in den Flüssen. Eine geringe Anzahl der BT-II nahm teil im Bestand der 13. Leichten Panzerbrigade an der Operation am 15. 16. Februar 1940 im Gebiet der Eisenbahnstation Kiamaria. Dieser Angriff verlief sehr erfolgreich und es wurden bei minimalen Eigenverlusten ca. 800 gegnerische Soldaten und Offiziere, 10 Kanonen, 15 Maschinengewehre vernichtet. Erbeutet wurden 8 Panzer Renault und 250 finnische Soldaten gefangen genommen. Die Zuverlässigkeit der BT-II-Panzer war auch auf einem ganz schlechten Niveau. Dennoch mochten ihn die Soldaten, wegen der hohen Mobilität. Im gesamten Winterkrieg wurden 39 BT-II-Panzer verloren. Beim Angriff des Dritten Reiches am 22. Juni 1941 gab es noch 587 BT-II-Panzer im Bestand der Roten Armee. Davon waren nur 366 fahrfähig und wurden zu Schulungszwecken benutzt. Zu der Zeit betrug das Alter dieser Maschine bereits 8 bis 10 Jahre. Sie wurden alle an die Front geschickt, doch waren die Panzer mit den 37 mm Kanonen leider ohne Munition, da diese nicht mehr hergestellt wurde. Die BT-II-Panzer mit MG-Bewaffnung waren im Panzerkampf auch nicht sehr nützlich. Dementsprechend gingen alle sehr schnell verloren, auch dank der hohen Abnutzung der bereits stark veralteten Bauteile. Im Verlauf des 23. und 25. Juni wurden mit den Kräften des 6. und des 11. mechanisierten Korps mehrere Gegner und Griffe auf die vordringenden deutschen Truppen ausgeführt. Im Bestand des 6. mechanisierten Korps gab es 30 BT-II mit MG-Bewaffnung und im Bestand des 11. MK II Stück. In diesen Gefechten wurden fast alle BT-II unwiederbringlich verloren. Ebenfalls gab es eine geringe Menge der BT-II bei den 9., 19., 15. und dem 8. mechanisierten Korps, die zwischen 25. und 29. Juni die vorstoßenden deutschen Truppen attackierten. Alle BT-II wurden bei diesen Gegnern griffen verloren. Die meisten BT-II-Panzer gab es zu der Zeit in der 24. Panzerdivision der 23. Armee. Sie waren zwischen 8. und Juli und 5. August in den Schlachten bei Lusksk verwickelt. Zum 1. August waren in der Division nur noch 88 Panzer von anfänglichen 142 übrig. Davon waren nur zwei Stück BT-II. Insgesamt wurden in der 23. Armee in dieser Zeitperiode 137 Panzer abgeschossen. Jedoch wurden nur sieben Panzer des Typs BT-II unwiederbringlich verloren. 23 Maschinen wurden in die Reparaturwerkstätte geschickt. Die Maschinen bekamen etliche Durchschläge verschiedenster Kaliber von 12,7 mm MG bis zu 37 mm. Panzerabwehrkanone und konnten wieder instand gesetzt werden. Jedoch bei einem Rückzug führte aber der kleinste Defekt zum Verlust der Maschine. Daher konnte man die zum September 1941 verbliebenen BT-II-Panzer anhand der Finger einer Hand abzählen. Die letzte Kampfverwendung der BT-II wurde im Sommer 1943 an der Leningrader Front verzeichnet. Das war Teil 3 Panzerung Russlands. Für eine Fortsetzung möchte ich 500 Daumen hoch von euch. Also drückt drauf und kommentiert. Bitte schön BT-5 und BT-7-Panzergeschichten vorgehen. Schreibt in die Kommentare über welche Maschinen ihr noch die Geschichten erfahren wollt. Was euch an dieser Geschichte gefallen hat und was nicht gefallen hat. Also bitte sagt mir, was ich nicht erwähnt habe, was ihr aber hören wolltet. So, besonderen Dank an alle, die mich bei der Arbeit zusätzlich unterstützen. Alle Links dafür findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Danke und bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.